Eurovia, die machen Straßenbau, richtig? Stimmt, aber nicht nur das. Wir bauen auch Gleise und Brücken. Denn wir kümmern uns um alle Bereiche unserer Mobilität. Und genau dafür brauchen wir dich. Unsere Ausbildungsberufe im Gleisbau sowie Beton- und Stahlbetonbau machen dich zum echten Infrastrukturprofi. Als Gleisbauer bzw. Gleisbauerin hilfst du mit bei dem Erhalt und der Erweiterung eines riesigen Schienennetzes und sorgst ganz nebenbei dafür, dass alles in richtigen Bahnen verläuft. Du kommst nicht vom Fleck? Schienen machen es möglich, dass Waren transportiert werden und Menschen einander näher kommen. Schienen sind wie die DNA unserer Logistik. Du achtest allerdings darauf, dass es beim Verlegen von Schwellen immer um den richtigen Abstand geht. Lerne dabei, mit diversen Baugeräten professionell umzugehen und präzise zu arbeiten. Zu deinen Aufgaben gehören aber auch Tiefbauarbeiten, wie Gleisbett schottern und Pflasterarbeiten. Als Beton- und Stahlbetonbauerin vereinst du Tischler mit Schlosser- und Maurerhandwerk. Wenn du immer die richtige Mische machen willst, ist dieser Beruf genau das Richtige für dich. Du lernst, wie man Pläne liest und umsetzt. Dabei begleitest du den Bauprozess von der Baugrube über den Unterbau und diversen Schalungen bis hin zum fertigen Rohbauprojekt. Manche deiner Bauwerke müssen ordentlich viel aushalten und werden mit Stahl verstärkt. Diese Stahlkonstruktionen setzt du mit deinem Team zusammen und bereitest sie für den Einbau vor. Apropos Schalungen. Nein, nicht diese hier. Ob bei Treppen, Decken, Brücken oder komplexen Bauwerken wie Staudämmen oder Kraftwerken. Mit Schalungen sorgst du dafür, dass alles in die richtige Form kommt. Dabei bist du fit wie ein Turnschuh, deine Hand-Augen-Koordination funktioniert tip-top und du verstehst die Wirkung von Kräften und hast Spaß am Handwerk. Dann werde Teil eines Teams, das dafür sorgt, dass die Welt sich weiter drehen kann. Wir unterstützen dich auf dem Weg in deine Zukunft und bauen die Brücken deiner Karriere. Mit der Ausbildung bei Eurovia lernst du, wie es auf dem Bau läuft und gestaltest aktiv die Infrastruktur unseres Landes. Also entdecke jetzt unsere Ausbildungsberufe fernab von der Straße und werde Profi im Gleisbau oder Beton- und Stahlbetonbau. Jetzt bewerben auf jobs.eurovia.de